Man muss aber auch schnell sein bei der Truppe, ihr meint. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, Torsten und ich, wir nehmen eben starke Tabletten. Danke, Martin. Ich habe mir nicht getraut. Ja, wir nehmen die zu selten. Martin, ich habe mich nicht getraut, das zu sagen. Und nicht zu augen. Danke. Ja, ich weiß. Ich war selber. So, Leute. Komm, Leute, diesmal hier. Diesmal machen wir den Mechalodern platt. Oder besser gesagt, ich weiß nicht. Die jagen wieder Tobilodon. Nein, diesmal nicht Tobilodon. Tobilodon? Wir müssen uns dagegen auflehnen. Schau mal, wie es läuft. Das ist Tobilodon. Das ist Tobilodon. Ich stelle gerade fest, ich habe ein Loch in der Hand. Ein was? Ein Loch? Ein Loch in der Hand. Ah ja, heftig. Und einen Finger weniger. Das sah aber echt cool aus. Damit die Finger fehlen, kannst du gleich mal zeigen. Das ist verdammt cool aus. Das ist nicht mehr ins Stadion. So, wir haben auch gleich das Gefühl hier, was? Ja, der gibt immer so Gas, direkt wenn der Rolf kommt. Das ist echt schlimm. Als wäre er unterwegs zu frei machen oder was? Nein! Schade. Ach, Mann. Eilst du das? Nein. So. Jetzt geht das wieder los. Ich schieße gerade auch so die gleiche ein. Grünsch ist in deiner Nähe, Alter. Das passiert immer, Alter. Ich kann da gar nichts tun. Sag ich doch. Das darfst du doch nicht machen mit mir. Ja klar. Wieso ja klar. Versteht ihr etwa auch gegen die Genfer? Auf das! Auch alles. Eigentlich alles, was... Oh Gott. Und ich hoffe, wir halten euch morgen. Was? Warum? Sollt ihr ja? Alles. 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 Nein, nein, nein. Wir halten uns eigentlich. Wir halten uns halt keine Regeln umgesetzt. Das stimmt. Das stimmt. Morgen werden auch andere Mitspieler gekillt, die... Oh, 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 oh. Krassisch. Stattisch. Natürlich nicht. Nein. Weil die, die uns töten, die sind meistens... Boah, der Level 200 Spieler, der war ja auch richtig. Ja. Das war so sinnlos. Ja. Einfach aus Spaß seine Freude hat er uns kalt gemacht. Ja. Guck mal bei Thorsten auf dem Kanal. Ich weiß nicht, wann die Folge kommt, aber... Sie kommt. Ja. Das war bitter. Ja, das war einfach. Ja, das war einfach. Das war total albern. Ja, das war total albern, weil der hat ja nicht mal irgendwas in Beschlag genommen. Nix. Nee. Nur einfach und dann hat er sich wieder weg gespawnt da. Ja, ja. Das war ein Locher. Ja, ja. Das ist ein Locher gewesen. Ein Locher. Ein Arschlocher. Achso. Ja, das auf jeden Fall. Das war echt albern, ja. Ja. Aber du hast aber gedacht, merkst du jetzt mal, dass es sowas auch gibt, ne? Ja. Ja, klar. Ja, klar. Hast aber ein Nebenspiel, ganz ehrlich. Ja, hast ein Nebenspiel. Ich hab sogar meinen Rechner verbrannt. Ich hab einen Nebenspiel. Ich hab einen Nebenspiel. Ich hab einen Nebenspiel. Ich hab einen Nebenspiel. Ich hab alles hier gesprengt. Sind hier draußen. Ganz schön. Ich hab einen Nebenspiel verbrannt. Ich hab einen Nebenspiel. Ich hab einen Nebenspiel. Ich hab einen Nebenspiel. Ich hab einen Nebenspiel. Sehr speziell, ne? Ja. Warte mal. Ich bin speziell aber, aber sehr freundlich. Ich muss mal kurz gucken, Tobi, warte mal. Wir sind einzigartig. Einzigartig. Warte mal. Zu Glück. Ah hier, guck mal, da ist doch... Aber das stimmt gar nicht. Komm her, du riesen Makrele. Komm ab, geh weg, komm ab. Komm her, du Proteine. Hier doch. Ich brauch Proteine, wirklich. Um Sport zu treiben, ich brauch Proteine. Komm her, du Makrele. Oh Gott. Ah, jetzt hab ich's nicht. Komm her. Knack beim ersten Mal. Puh. Ich will meine Maschinenpüse holen. Uuuhhh. Shit. Aua, ah, 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 ah. Nee, ich bin hängesrieben. Oh, hab mich doch erwähnt. Ach, ich hab meine... ich hab sie. Jetzt geht groß, endlich fies. Quimso! Eines Gutes später ist jemand anders. Mann, Schadenfreude, was? Oh Scheiße. Jetzt ist der Dauer, jetzt ist der Dauer. Wo ist er, der Dauer ist der Dauer. Frechheit, denk ich nicht. Der Quimso. Oh Scheiße. Ja. Oh Scheiße. die schießen doch los gegen der konvention wir sind alle ja fahrer ich will doch kein wahl drei chinesen ich hab das so oft sinnlos meine fresse ja das war furchtbar ich so nein ich will nicht mehr ich mag ihn nicht nein ich hab was gegen das Lied verdammt ganz knapp nicht diesmal hab ich den Highlight kuscheln bitte psychodat bitte psychodat ich hab ich hab ich hab Tobi ey Tobi tos da das weiß ich nicht Dürfen wir ja nicht uuuh ja diesmal schlingel diesmal kommst mir nicht schlingel immer rausgewummelt mit seinem komischen billigen Motor Drister Willow mit seinem Willow immer abgehauen ja der kennt das von der Schule der konnte da immer sehr gut vor mobbern abkommen das war mein na warte mal warte mal wir durch hier ah ich sehe schon was ne gar nicht wahr bitte nein das sehe ich anders nein das sehe ich doch nicht nein 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 ich bin enttäuscht ich bin enttäuscht von mir von mir das sehe ich aber auch ganz anders kommst du mal wundern wo ist er denn? der Quinzel mit seinem kleinen Pinsel äh ich will nicht das habe ich immer tun als Familien zu sagen oh messlich nur Mac da klatscht die Schüssel da klatscht ey kein Applaus was wirst du denn da auf mich? ich darf bloß mit einem Messer spielen ja klar danke schön ich habe einen Kanal kapal ja warte mal kontrolliere ich gleich mal ich hasse es 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 ich muss jetzt laden ja ich muss auch aufladen ich habe den Maul aufgeladen das war eben so geil gewesen Tobi 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 Die Freuze bescheuert. Hätte ich vielleicht in dem Spiel so... Ach hätte ich aber nur genommen den Königdorsten wahr. Irgendwann ich einmal 10 Quadrat, weißt du, so in Physik... Sagst du, ja das sehe ich anders, das schmeckt mir gar nicht. Schade, schade. Schande, sozusagen. Das kommt eigentlich nach der MP. Eine Sturmgewehr, glaube ich, noch. Und dann kommen die Habuh. Die Habuh sind doch so. Ja, also, die Doof sind langsam. Ah Hilfe, Hilfe! Ah Hilfe! Sagte, der durch eine getötet wurde. Ich wurde vernascht. Gekknuspert. 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 Ich glaube, wir sind am Ende. Ja. Ich noch nicht. Ich bin nicht am Ende. Hm. Oh doch, ich bin doch am Ende. Schade. Schön! Verdammt. Ich bin euer N. Schön, schöne Runde. Ja, schön. Hat Spaß gemacht. Alles Spiel kann man immer wieder spielen. Ist ein cooles Spiel. Tschüss. 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 Ja, freu mich auch warum. Wir haben erst 10 Minuten. Hä, was? Thorsten! Ja, Thorsten, bringt alle durcheinander hier. Hä, war ich Thorsten! Der war doch gut. Aber ehrlich, ohne Quatsch. Da hab ich mich... Ehrlich, den ganzen Nachmittag hab ich darüber nachgedacht. Und das fiel mir echt schwer. Das ist gut. Das ist gut. Das freut mich. Antiguel. Ach ja. Okay, wer ist jetzt wer? Wer ist jetzt wer? Antiguel. Ich bin nicht, aber... Erstmal bin ich Taucher. Ich war die ganzen Mal vorher. Wer war noch nicht High? Äh... Martin war noch nicht High? Äh... Was? Wer war taucher? Ja, dann waren wir noch nicht High? Ja, komm doch mal High. Also mir ist dann EJAL, ich mach alles. Ich mach jetzt auch EJAL. Ich mach jetzt auch EJAL. Ich mach jetzt auch EJAL. Leicht zufriedenzustellen bis... Ich sag es. Anspruchslos bis zum Gehen. Ach Gott, ey. Äh... Also macht echt Spaß mit durch Witze zu reißen. Das ist echt entspannend. Das sind keine Witzungen. Was? Das war ernst? Ja. Na warte, wenn wir uns sehen. Da kannst du es ja mal erleben. Ich bringe den Panzer mit. Um dich im Ideen... Hi-hoo, hi-hoo... Von dem Bein zu. Pulust? Martin macht mir Rot Ma-Di macht ma rot. Ja mach' ja, mach' ich mach' ich. Äh, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich mach' rai Ischai? ich weiß nicht was ich bin ich gut bist du tasche oder flasche dabei muss ich meinen frau kiesel mark hat wieder und das ist so bescheuert aber du musst jetzt mal lachen das ist so dumm das war auch dämlich ich fand das toll aber es war lustig oder du hast den schönsten Arsch der Welt als einer der tiefsinnigsten Texte überhaupt ja natürlich sehr gerne du hast das schönste Arsch der Welt und wie finden sie sonst die Schwanzflosse so? ach ganz gut bisschen fleckig ne? ja bisschen fleckig aber ich mag meine Flosse die Schwanzflosse ganz gerne oh ah und deine natürlich auch die sind sehr sehr schön muss man ja sagen ich bin ja schon wieder rein wie der in dem Licht halt leuchtet das ist nicht auch sehr schön genug geflirtet die machen wir platt hier jo 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 und da und Hatschi wo gehts wo gehts wo gehts wo ist denn der ach da ist er doch da ist er doch er ist doch eck doch es muss nur in der Ecke warten wo das sind gar nicht in der Ecke rüff pfff aaaah junge junge aber wir haben das Ding echt Das ganze Magazin in ihn reingeschossen. Du hast, also du hast dein Magazin, okay. Ganz egal was du hier sagst. Ja ich schwiege mal, als du mit deinem Magazin kommst, hallo Kinder schau nie zu, ich finde das nicht okay. Also das nicht. Sorry. Boah, versteckt er sich dahin. Wir haben dir gar nichts gegeben, überhaupt nichts. Das ist schön. Freut mich schon einig. Wir haben dir gar nichts gegeben. Ja. Ey. Ich bin vorbein hier am Boden, hier am Goldbluten. Hat er schon wieder gefressen. So ein ungesetze. Ja. Er stecken sollst du an mir. Ja. Ja. Ich tonne hier durch. Ja. Wieder in meinen Glück bekommen. Ja. 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 Dann machen wir das. Da hast du mir überhaupt nichts anschauen. Was? Was? Ja. Jetzt gibts hier den richtigen Bums. Wow. Ja. Ja, genau. So, die weg hier. Der Schiff. Zurück bin du. Was? Du bist quasi in meinen Mund reingesprungen. Ich weiß. Was war der Gäste? Ja, geht los. Hopp. 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 Geht das nicht. Was? Ah. Hahaha. Hahaha. Ich dachte, ich krieg dich noch verdaut. Aber du bist ein ganz schön großes Stück. Hahaha. Hahaha. Schwierig. Und scheinbar. Oh Gott. Was denn? Tobi macht hier alles alleine, oder was? Ne, ne. Alles gut. Schmecken. Das ist doch nicht Tobi. Ey. Was? Das macht nicht, weil ich will das Ding. Ach, dein ist gut Tobi. Ach so. Was soll noch passieren? Tobi, wenn älter bist dann. Ja. 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 Hier alle essen. Alle essen. Ja. Koppi, repariere. Nix. Wenn du mich verbreiten. Ich lade nach. Nix. Hier wird gar nichts reparieren. Hier wird nichts nachgeladen. Hier wird nichts nachgeladen. Hier wird gar nichts nachgeladen. Guck'n Makrelen hier. Diese. Diese Sprotten. Äh. Ist das dick dafür da? Alter. Ich kenne Makrelen. Ach so. Da hast du sie. Du sollst ersticken. Ah. Ich werde dein Zahnfleisch punktieren. Du wirst mein Zahnschacher werben. Hä? Du musst eigentlich sterben. Ich treff dich doch mit dem Scheißteil. Wer denn ich? Ich bin doch tot. Ich bin doch tot. Ich bin doch tot. Dann sind sie Vögel antworten. Genau. Katsching. Kommt man da drüben? Moment. Warte. Erstmal. Ich will mal mit dem Schaden. Warte. Ich will mal gucken ob es überhaupt geht. Weil sonst. Was denn? Boah. Ich bin doch mit einem neuen Ausbau. Kaufe. Ja. 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 Ich will. Ja. Ja. Das schwein bekommen. Ja. 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 schwein des heims also der schein des schweins mit diesen worten mit diesen worten es tut mir leid liebe zuschauer sind wir heute noch alberner